Nach zwei Jahren Pause ist es endlich wieder so weit. Wir befinden uns auf der 9. Nürnberg-Tour. Ja, und es füllt sich schon ziemlich schnell gerade. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal los. Ich befinde mich jetzt mitten auf der Händlermeile und finde es super, dass man hier auch am Sonntag shoppen kann. Es gibt ja viele Highlights hier, aber schlichte Eleganz geht doch einfach flimmer. Wenn ich nicht schon Golf 2 hätte, würde ich mir vielleicht sogar noch den Ateon zulegen. Mareike, du bist auch nicht das erste Mal hier in Nürnberg. Was ist denn dein Eindruck von heute? Ich bin begeistert, wie voll es dieses Jahr ist. Es gab ja irgendwie eine dreijährige Pause, wenn ich das richtig feststelle. Ja genau, 2016 waren wir das letzte Mal zusammen hier. Richtig, da waren wir auch schon hier und haben Film gedreht. Irgendwas da haben wir auch was ähnliches gemacht. Und Wahnsinn, was sich in der Zeit getan hat. Auch bei mir persönlich. Ja, ich habe gesehen, du bist mittlerweile mit einem eigenen Stand hier und es ist da richtig was los. In den letzten drei Jahren hat sich bei dir auch mega was getan. Erzähl mal. Ja, also vor drei Jahren, als wir hier waren, gab es Fox noch gar nicht. Wenn ich so zurück nachdenke, da war ich noch ohne Stand, ohne Kappen, ohne Closes. Da gab es noch nichts von Fox. Da war die Idee erst so grob in meinem Kopf. Aber es gab noch nichts von mir und jetzt, wenn ich hier bin, stelle ich fest, wow, was sich in der Zeit so getan hat. Das ist schon echt schön. Ja, das ist echt enorm. Ich sehe auch total viele Leute, also nicht nur hier, immer mit deinen Klamotten rumlaufen. Also da hat sich ja wirklich mega, mega hat sich das entwickelt und das finde ich echt krass. Ja, ich bin auch mega dankbar, dass das so viele Leute auch annehmen und, geil, annehmen und auch mich supporten und Fox auch gut finden. Und ja, ich bin überwältigt, was das angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele Leute, ja, gut finden, was ich mache. Ja, cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch super viel Spaß hier. Auch viel Erfolg noch beim Klamottenverkauf. Also wie die Leute hier mit rumrennen, das ist ja sowieso schon eine Tüte nach der nächsten. Komm doch einfach gleich mal rum und schau dir an, was für Neues ich habe. Gerne, das mache ich auf jeden Fall. Komme ich gleich mit dir mit. Auf den Kappen. Ich habe mich jetzt bis zum Ende des Veranstaltungsgeländes durchgekämpft. Ja, was soll ich sagen, die Autos, die heute Morgen nicht früh genug hier waren, mussten schon außerhalb der Ortsgrenze parken. Also, wenn das mal wieder rauskommt, sind wir die Autos, die heute Morgen nicht früh genug innen. Ich musste mich jetzt erstmal hinsetzen, wir sind heute ultra viel gelaufen, es gab so viel zu sehen hier auf der Nombok Tour und ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass sie wieder da ist und freuen uns schon auf das nächste Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.